Ich habe doch damals diesen tragischen Unfall gehabt. Du hast ja einen auf dem Gewissen. Ja, zwei. Und deswegen, wenn ich immer Waschbären sehe, habe ich so Angst, weil ich denke, die wissen es. Die wissen genau, was passiert ist und ich weiß nicht. Aber erzähl mir doch mal ganz kurz. Es war ganz tragisch. Ja, es war schon ein paar Jahre her und ich bin auf der Autobahn gefahren. Es hat ziemlich doll geregnet. Ich bin auch nicht schnell gefahren und ich war auch gerade ziemlich in Gedanken so verloren und fahre so vor mich hin. Auf einmal sehe ich da so vier leuchtende Punkte auf der Straße und die waren so schnell da. Ich habe nicht mal gebremst und dann hat es halt nur zweimal so gemacht. Und ich so, fuck, was war das? Bin halt so rangefahren. Da war zum Glück gleich so ein Parkplatz. Ich war so die ganze Zeit, ach Gott, es war eine bestimmte Mutter mit ihrem Kind. Und da meinte halt der Polizist auch so, nee, nee, das waren zwei im Liebestanz, die sie da aufwischt haben. Och nein, ist ja noch schlimmer.